...lärgen wird. Du sag mal, jetzt mal einfach mal so gefragt, ne? Ist eine geistige Behinderung ein Permalek? Basically. Manche haben aber auch ein System-Error. Ja, aber manche sind ganze Funktionen deaktiviert. Keine Ahnung. Du meinst ganz viele geistige Funktionen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Da gibt es eine Menge Leute, deren Festplattenkapazität nicht so hoch ist, dass dieser Speicher getragen werden kann. Die man manchmal von anderen Menschen übermittelt bekommt. Also im lokalen Modus. Wenn du verstehst, was ich meine.